Eine grossartige Eröffnung haben wir heute erleben dürfen in Terwil. Bei mir ist Claudia Kummer. Claudia, sag schnell, wie heisst der Name von eurem Geschäft genau? Immergrün Kreativ GmbH. Ok, jetzt bin ich reingekommen und habe gesagt, ich habe nicht alles nur frische Blumen. Und habe natürlich sofort den Link gemacht. Aha, so hat sie es gemeint. Du machst ganz viele Sachen, die man auch aufstellen kann, die einem das ganze Jahr den Eindruck von Immergrün gingen. Ja, genau, so ist es. Ja, genau. Also, bring mir mal ein paar Beispiele, was man alles machen kann bei dir. Wer dann noch darauf eingeht, du gibst nämlich auch Workshops. Das ist, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ja. Das ist auch der Grund gewesen, wieso ich eigentlich etwas Größeres gesucht habe. Weil das möchte ich gerne erweitern, weil ich auch merke, das Interesse wäre sehr gross. Und jetzt habe ich hier so einen ganz schönen Platz. Und ich hoffe, dass das auch gut läuft und ich werde hier jede Menge von Workshops anbieten können. Je nach Lust und Laune. Und man kann auch auf mich zukommen, wenn man eine Idee hat. Dann kann man das miteinander irgendwie herausfinden, was man machen möchte. Wie ist denn das jetzt? Ich habe gesagt, ich glaube, du bist auch eine rechtliche Spezialistin, wenn es um Hochzeiten geht. Das sind ja alles dann die Gestäcke und so. Das ist auch dein Medieb. Das mache ich natürlich sehr gerne. Das ist eine Herzensangelegenheit. Weil das ist natürlich ein wahnsinnig grosser Tag für diese zwei Personen. Und das liegt mir sehr, sehr am Herzen und das mache ich sehr gerne. Ja natürlich, dass man dann den tollen Tag mit Blumen unterstützen kann. Ja, ja. Und wir haben natürlich eine riesige Freude jetzt. Weil wir haben ein super Blumenbild drin, das wir jetzt gerade geniessen dürfen. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn man in dieser dunklen Zeit damals auch ein bisschen Farbe hat. Gehen wir ein bisschen auf die Bastelartikel, die auch herum sind. Ist klar, Engel sind natürlich im Moment zeitgerecht. Was hast du denn sonst noch? Ich habe gesehen, es gibt auch Kärtchen. Kärtchen und dann habe ich ganz viele Laternen. Das ist natürlich jetzt in dieser Zeit sehr aktuell, oder? In allen Varianten, gross und klein, auch für jedes Budget. Also ich denke, man muss kommen und schauen. Die grüne Zuckerwatte war sicher eine Gegenfreude für das immergrüne. Aber hier hinten hat es ein formidables Sofa. Ist es dann auch gedacht, dass man zu dir auch auf eine Psyche kommen kann, ein Käffchen nehmen und ein bisschen blödeln? Du sagst es genau so. Also ich möchte eigentlich, dass man hier so eine Ortschaft, wo man sich wohlfühlt, wo man mal die Seele baumeln lassen lassen kann, wo man den ganzen Stress draussen lassen kann und einfach kommen und einfach einen Moment geniessen kann und es schön zu haben. Vielleicht mit einer Freundin oder einem Freund oder so. Ja, genau. Dann schicke ich dich wieder zurück in den typischen Stress von einer Eröffnung. Du musst allen Grüezi sagen, danke, hast schnell Zeit gehabt. Vielen Dank. Ihr wisst es direkt in Terwil nach dem Kreisel, immer grün kreativ, ein neues Blumengeschäft, das noch mehr hat als noch Blumen. Danke. Dankeschön. Danke.